ja willkommen mein name ist an die warte und mein name ist märz und mario master und wir begrüßen euch bald zurück zu let's play don't come country drop the freeze du hast es richtig gesagt ich bin sehr stolz ich bin auch ein bisschen stolz auf mich als vorgaben wäre ja nur um so ein bisschen raketen fast action gehabt und dann auch noch das rillen das in der mitte geschafft auch das war so richtig mit kanonenfässern und so erinnert mich irgendwie an das knallertal aus dem country hast du doch im country jedem hier gespielt schämlich gefälligst du solltest dringend alle drei teile mal spielen ich habe nämlich schon ja ja immer noch dabei mein bestehende country 1 zu vollständigen nur ich habe nie zeit zeit wenn es weiterzumachen habe ich eigentlich ich habe eigentlich so viel zeit aber darum geht es ja nicht es geht hier oben durch und country topical freeze wenn uns beiden anstatt nur mit dem country 1 mit mir allein deswegen machen wir jetzt direkt weiter ja welte 3a swing nicht durch die swing jetzt unsere tähne auf jeden Fall so eine bunte level ja mag ich magst und level irgendwann wird es auch mal zeit die vierte hinter zu sehen ich bin sehr gespannt weil das ist weil ich möchte länger wir zwingen uns zwar durch wir müssen müssen wir bitte platz machen nicht auf den springen ich habe ich habe ich habe ich habe einen verloren nein die fahrt fängt schon mal wunderbar an dann bist du da meiner meinung mein werter dann überhaupt ja ich kann nicht mitnehmen möchte ganz aber ich brauche eigentlich nicht einfach damit lässt es der fall hat dass der und warum geht bei mir fein gelassen habe weil ich ein guter und dann war es noch besser hin nur noch mal zurück und jetzt mich darunter gegangen habe ich glaube da waren aber auch nur bananen gewesen warum ich dachte da wäre was es tut mir so leid ich frage mich die ganze ja wahrscheinlich weil du nicht bist du vielleicht bin ich ja das klingt irgendwie falsch ich bin natürlich bin ich ein affenmann obwohl ich gleich eine frau hier bist du frau du bist eben womit ich bin ich glaube ja ja immer noch ich bin nur zu besuch das ding geht herunter immer darauf gehen ja denn immer noch wie wie gesagt müssen es doch ich bin zu besuch bei dann die wjp wir machen immer ein coach schlitzplätze sammeln warte oh mein gott das habe ich gar nicht gesehen hast du oh gott was soll das denn sein hat sich gerade angehört wie king hast du denn schon ein paar videos von ihm gesehen sie doch in der letzten aufnahme ist ja schon davon ja ja ich habe nicht doch in diesem kanal erzählt dass sie das nicht da auch mein auftritt hatte meins die große teil gibt sind hier fünf das heute nicht also schwer sein der war halt für uns ist alles zu schwer ich habe nicht leben leben als alt hat hat er dann leid da und ich sehe dann brusselt ja das ist gesehen ja ich glaube ich da sind fast da ist ein fasser bekommen wir da an ich habe es gezeichnet er ist gezeichnet also ich würde mal sagen weil wir haben nämlich auch noch natürlich weiterhin korps spiel zu spielen das kann der leute ein paar vorschläge einreichen ihr könnt gerne vorschläge in die kommentare einschreiben wir haben uns natürlich auch schon überlegt mario party 18 jetzt plane ja zumindest er kann nämlich dann auch der story muss alleine let's play damit ja auch das letzte brett haben da gibt es kein gameplay von mir zu sehen aber ich werde natürlich mit kommentieren aber ein paar sachen jetzt zu ende bringen ja aber bald aber nicht sofort aber irgendwann auf jeden fall irgendwann wird es auf ihn bekommt genauso wie war das muss wahrscheinlich wird das sogar noch vor davor alles einsammeln alles einsammeln alles einsammeln leben oh nein warum ich traute mich nicht ich hätte es ja fast gemacht das war nicht getroffen okay wir haben uns durch wir haben uns irgendwie durch das sehe ich doch ein punkter ich hätte jetzt er mit dem buchspiel gerechnet haben wir denn heute schon rasen das mache ich denn da darum kommt da hin aber komme ich nicht hin nein ich habe glaube ich ja ja ich habe es nicht so ein ist dann dann müssen wir weiter abenteuer gehen ich habe auch so das gefühl wir stützen viel zu sehr ich sehe da was ich weiß es war ich habe mich jetzt nicht festgehalten das war das bringe mich rüber gott wurde wirst hat wir wollen aber wenn sie so traurig wieder unter arbeit also zeichnet das war ein vorrangiges team nein da komme ich noch in die details details und muss das schnell darum kann man es glaubt nein nein müssen wir zu erinnern anhängen ich habe das gefühl dass da immer noch hin dahinter was ist los check nach ja mach nochmal ich halte mich jetzt daran fest kann man ist ja nicht betroffen da geht man zurück an er geht ja nicht dann müssen wir ganz schnell machen okay wir haben das erste der beiden der wir geschafft ja da war ja immer nur ein kurzelteil fährt ja uns wird immer ein kurzer müssen wenn wir vor die nächste aufnahme session kommt gucken wir in ein wort wo damit wir in den früheren welten die puzzle teile finden ja zumindest mal sehen können denn wo die geheimen level sind denn bist du dafür ja aber jetzt machen wir erst mal okay ranken um war dank um war es ist bereit dafür ja und darauf auf mir rum zu reiten weil sonst fachsichtig an das ist sexuelle belastigung okay das klingt dann im dornen die dicht erinnert mich irgendwie an match 1.3 da gab es auch so so ähnlich hast die dicht oder oder nee halt aus dem country 2 wap es ist wap 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 die blöden vögel diese bösen bösen vögel jetzt hat sich oft essen ist das sicher aufessen das sexuelle belästigung zeigt sich an bei der arfenpolizei verklagen der letzten cent letzte ballade ich habe keine mann wir gehen hoch oh mein gott das kommt jetzt best auf ja ich bin nicht gesehen das kommt jetzt best auf aber sowas und das ist doch man hat schon gesagt haben es den bestoff dafür gibt ich meine ja aber falls es vergessen aber doch es gibt ein best auf genauso wie in super mario world und in news ist bereit dafür ja aber das erleben ist ja alles machen ja was das ist denn sonst noch kurz jetzt plane erzähl uns doch mal davon ich will jetzt erst mal meinen ganzen projekt erst mal zu ende bringen und dann gucke ich mal wir müssen weniger hochladen wollen wir uns eine neue internetverbindung da kann ich ja davon hat er mir noch während der augen noch vor der aufnahme erzählt zwei stunden in meinen das video sagen ist eigentlich nicht wo ist mir ist du bist du bist du bist meine schlampfe du hast mir war halt die bananen habe ich doch wünschen was soll das denn ich wollte einfach nur unter fallen und sah so einladen aus so wie als da bist du was ich hab's doch gebrochen habe ich doch gebrochen oh mein gott wir sind ja heute ist die kräfte die kräfte jäger kann ich nicht bestrehen was weg wobei in den erledigen gar nicht gar nicht kommen ja da ist was das voll der lebensgefährliche wald ja ja das ist das ist don ticke ich was denkst du denn das ding nur eine banane das gibt es doch nicht ich sehe ich sehe dann noch ein secret müssen noch eine andere seite davon so klar diese spiel wir sind ja heute echt auf der jagd glaube dieser patrick jäger heißen ein bisschen besser als beim letzten mal ja also heute und wir haben schon alle sieben prüfen was denn los mit uns aber eine tolle rolle mein gott ich habe ihn getötet ich habe ihn einfach getötet hier schweiler ich freue mich natürlich auch wenn es nur ist von spiel rauskommt aber ich kann es dann leider nicht ins plane da meine capture card nicht geeignet ist um ps4 aufzunehmen das finde ich voll scheiße ja einfach nur durch habe ich jetzt gerade nicht gehört okay ja doch ohne ziel und wir haben sogar alles in der wir geschafft machen wir gut und wir haben sogar ein neues bild das müssen uns doch gleich mal ansehen ja da noch mal irgendwann mal machen wir irgendwann mal sobald wir sobald wir nahe dem ende sind wenn man einen post glaube ich schaffen ja der boss jetzt ist wie eine von diesen super hardcore level nee halt ich weiß was es ist und sagt hier diese schwarz-weiß das ist das k level wir haben alle kunden gestanden sammelt ok euer wasser limbo es ist ja händel paar paranoia das machen wir nicht woher können wir eigentlich woher könnte man doch eigentlich machen weil dann können wir eben was dem nächsten patrick machen ja ok und zehn minuten hat schatten war locker na gut pendelt an neu sind wir bereit dafür eigentlich nicht aber kommt auch ins händler neue wir haben noch nicht mal das erste k level geschaffen das zweite haben wir noch nicht mal gesehen und gefangen mit dem dritten kann ich sag mal diese hartkoller wir sind da ja habe ich doch gesagt ok bereit dafür ich auch wäre das schon wieder so warten wir uns die ganze zeit ich glaube ich glaube daran handeln müssen uns nicht auch so ist okay okay wir dürfen nicht zu lange drauf stehen bleiben du hast mich gerade echt dazu benötigt oh gott wie auch ich dann gemacht keine ahnung also stromteile dran das ist ja voll lebensgefährlich sieht das nicht so schwer aus es sieht nicht so mein gott das ist echt das ist eine paranoia ich glaube ich weiß nicht was die gekleidet sich dabei gedacht haben ja klingt zwar was genau noch mal dann also wenn du nur noch ruhig oh gott da soll es knapp das war schmerzhaft das war für die schmerzen und ich habe level geflogen ja wir sind gerade die weltgeschichte geflogen wir sollten uns merken wir überall wo strom ist unterbrochen springen ja wer da unten landet dann ja wenn man da unten die dinge haben hat die dinge gehört ja dann wenn wir im kampf stark schon gewusst ist warum bist du von mir abgesprungen weil ich das immer mache ja ja erwachsen wir nicht auf das strom Das ist völlig droh. Wir haben einen Teil des Levels gesehen. Ja. Ja. Nee. Nee. Aber finde ich immer noch nicht so schwer wie die 2-Level. Also das erste K-Level sieht sehr viel schwerer aus als das hier. Ne, warte halt. Wenn ich jetzt sage, brauche ich das am Ende nur. Hala. Noreen. Nein. Nein. Daniela wird niemals sterben. Ja, liebe Kinder, das ist nicht so. Ja, und wenn er stirbt, dann landet er mit Michael Jackson auf einer einsamen Insel. Ja, wat? Ja. Ich sehe schon, wenn du stirbst, liegst du mit Michael Jackson auf einer einsamen Insel. Das ist irgendwie random. Das ist wirklich random. Wollte irgendwie sowas sagen, wie ich werde in meinem Herzen weiterleben oder so? Na, wir sind eurem Herzen, wir sind in unserem Herzen weiterleben. Das auch. Aber in erster Linie, nee, aber in erster Linie stirbst du. Boah. Ja, aber ich auch's. Nein. Boah, was du denn? Ich habe genau geschossen. Also nicht ganz gerade nicht. Ich kann mit dem Druck nicht klar. Wo bin ich von dir unterhalten. das ist auch machbar irgendwie irgendwie sind doch die karle gemacht so gut überlebt sein wir müssen sich konzentrieren und eigentlich den mann aber jetzt habe ich mich gedreht nach kann ich einfach mal eigentlich gar nicht machen weil ich bin hier am aufnehmen mit meinem besten also war daneben geflogen ich habe zu früh gedrückt damit den karen wird irgendwie nichts in diesem spiel ich glaube auch nicht mal zum aber auch freischalten wenn man die schaffen ich weiß nicht dass ich glaube es ist zu 100 prozent dann kann man sowieso vergessen habe ich sorge für das können wir spezial pass machen wo wir alleine versuchen der andere nur mit kommentiert leben zu sparen also ja glaube ich habe die level unbedingt leichter man ist zumindest allein und dann hat man niemanden mehr im weg wie bin ich ja in ihrem weg ja stimmt ich bin doch nur zuschauer und tue mich mit der in den tod hier begehen du bist du teilweise auch uns an schuld weil man nicht in mir ob mein gott war noch kein schreck es ist ein k-level hier gibt es keine checken und eben aber kommt hier als für den abenteuer nicht so lange das ist ein puzzelteil soll man da hinkommen aber ich habe es okay da ihr werdet man getroffen springen hier sind wir safe sicher sicher nur also da ja wenn wenn gott mein gott warum machen wir das gott oh nein warte 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 zum einen von diesen blöden level müssen wir schaffen jetzt kommt soweit auch noch warte mal okay bringt auch nichts doch du kommst dann hier ohne bleiben wir haben gefäßig und da ist bestimmt wie schon ende ping pong nein 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 aber ich glaube schon ich werde mal eben auf starten ja wir haben alle präsident wir müssen nur noch dadurch super wenn sonst nichts ist aber wir müssen wieder von anfang starten das ist so schön das ist so bescheuert warum springen auch und bin ich gesprungen jetzt auch ruhig wagen ich hätte es machen sollen denke wenn wir das nicht kommen sind wie die galle will noch nicht mal schaffen werden okay jetzt wieder dein lieblingspart ich habe diesen platten neuen sohn fast landen können das hätte möglich sein können jetzt mal wirklich wie viel zeit haben wir eigentlich noch wir haben 29 minuten ich würde nicht mal sagen wir machen noch diesen versuch und dann werden wir dies damit abbrechen ja auch wenn wir das niemals bei uns gespeichert wird wir haben wir hatten sie alle gehabt ja die werden nicht gespeichert ich hasse diese kann er will genauso sehr wie du man lernt sie ja irgendwann auswendig ja mein name hat ja noch so fast geschafft ja das ist nicht vor der wacht das war voll knapp er war ein bisschen so viel dazu und so viel dazu das war es dann auch für diesen part wir brechen gehen dieses level ab weil es ist einfach zu schwer für uns ja wir werden noch paranoid deswegen heißt das level auch pendel paranoia und den nächsten part gibt es den boss also unbedingt dranbleiben ja wenn er mehr sehen wollt ja wenn ihr mehr sehen wollt oder wie wir weiter fehlen wollen ich glaube eher dass die leute uns sehen wollen wir fehlen glaube die leute bei uns gar nicht sehen ich glaube auch nicht aber wir werden schon mal ein paar tun ja ausgehen paar dinger kaufen dann sehen wir uns in der nächsten fall tschüss